So, hier sind wir jetzt im normalen Hauptbuffet in dem Teil. Hier gibt es einmal Polonaise. Dann geht es hier weiter mit türkischer Fleischpastete. Dann sind hier die leckeren Frikadellen, die hinten dran auch ganz frisch gemacht werden. Alles Fleisch und alles frisch gemacht. Dann haben wir hier gegrilltes Gemüse. Hier haben wir... Hier ist dann das gegrillte Grimchen von der Jungefrau, eben gerade das Zuhörreis hinten dran. Dann haben wir hier Kalbsraguen. Hier gibt es auch Fremden, es gibt auch Tommes und auch gekocht, äh, gekocht, äh, geradene Kartoffel. Hier gibt es auch Wild. Da hinten dran ganz frisch, zubereit. Das ist ein wirkliches Trot. Das hat man jetzt heiß. Das wird auch alles würfbar gemacht.